Wunderschön, guten Tag, willkommen zu einer neuen Runde. Taum und Salem rankt an diesem Mittwoch als Sheriff. Wir sind wieder Taum. Letzte Runde lief gut, dank der Hexe. Und, ich hoffe, ihr habt diesen schlechten Wortwitz verdauen können mit Lookout for the Werewolf. Ja, ist nämlich doppelt, wisst ihr? Einmal passt auf auf den Werewolf und die Lookouts waren für den Werewolf, waren alle auf einmal gestorben. Ey, egal. Wenn man es erklären muss, ist es schon wieder doof gelaufen. Wir sind Sheriff. Wir haben einen Survivor-Claim bei Deodot Lawson. Den werden wir natürlich erstmal in Ruhe lassen. Aber wir schreiben erstmal hier unser Alles, Noobs, außer Mutti. Und auf wen gehen wir denn? Investigate a Spide, Deodot Lawson. Wir gehen auf Kyrie. Wir wissen nicht, ob Herr oder Frau Kyrie, aber Kyrie werden wir untersuchen. Mal schauen, was wir Schönes rausfinden können. Hoffentlich sind wir hilfreich. Sheriff ist ja mit die, ja, in Anführungszeichen nutzloseste Town Investigative Rolle, wie ich finde. Je nach Setup natürlich. Aber okay. Wir werden mal schauen, was es gibt. Nicht suspicious. Zack, zack. Und weiter geht's. Keine Informationen zu Beginn. Wilson ist down. Da hat sie ihn erwischt. Durch die Mafia. Das war zu erwarten. war Escort, hat niemanden gewo-blockt, das heißt kein random wo-blocken, der letzte Wille heißt auch Wilson, das heißt kein Disguyser in dem Moment und wir sind ein Town Support los, dafür dass am ersten Tag zu viel geschrieben wurde relativ interessant, Wilson hat auch was gesagt Sonst nichts, wir werden in der zweiten Nacht mal Spaghetti untersuchen Berwolf Confirmed sagt Spy, noch einmal Thierry sagt, jo, mach mal Lünsch, jo, bam, okay Für mich wäre das halt so, er kann halt gestern, ich würde ihn hoch wählen für den Survivor Claim Oh, der fängt mit dem Wählen für Rollen Claims an, wie lustig Ah, natürlich, der Spy, also für mich ist Spy damit erstmal Confirmed Town, weil ich wette das macht kein Mafia, wobei er relativ weit unten ist Ja, muss man auch mal sagen Oh, entschuldigt, das war nicht geplant Das tut mir leid Oh, hey Hey Upsa, na Sheriff here Und, wen habe ich untersucht? Thierry? Ich glaube Thierry, nein, Kyrie Kyrie is not suspicious Keine Informationen für dich Jailed Schauen wir mal, wie es ihm geht How are you? Soll ich in Schrecken einleiten? Nein, mache ich nicht Ich würde jetzt reinschreiben können Die Aber es wäre dumm Weil dann denkt er noch, ich bin böse Das will ich nicht machen Oh, es gibt echt einen Werwolf Oder Veteran Bodyguard Wobei der oder Blasen tot ist Mafia kill und do the sexuels Bodyguard Nein Just staying home, not about to die to protection for escort Wow Slice of life Starb durch den Werwolf Interessant ist, dass Theodad Lawson halt selbst auch tot ist Und Es könnte sein, dass ich auch tot gewesen wäre Weil ich hätte das Baguette untersucht Und er starb ja auch durch den Werwolf Weil ich habe keinen Leaf gesehen Wenn ich das richtig erkenne Der Vigilante hat den Ding Claim erschossen Das kann man nachvollziehen Survivor Claim Kann auch Jester sein Easy kill Ah, Teal ist der Vigilante Problem ist, wenn er jetzt eine Hexe ist Hat er Probleme Dann bräuchten wir nämlich einen Eine Escort Okay Town Doppelpunkt Doppelpunkt War natürlich noch ein Werwolf-Krill an Spagett Und der war Redri Hat er die Escort wiedergebracht? Nein, hat er nicht Schade Aber hätte ich auch nicht gemacht Naja Random Town ist Transporter Okay Wehrwolf Und zwei Mafia Minimum We put people up Wow Oh mein Gott Und los geht das lustige Spiel Starting with Pencil No need Ein Sheriff Jade Last night Äh Curie Is not so speechless Wir machen uns jetzt schneller Weil ich keinen Bock hab Dazu warten Müsst ihr mich hoch wählen Und mehr kann ich eh nicht schreiben Außer das Von daher Viel Spaß Argo Claim Transporter Ist ja quasi confirmed Jetzt müssen wir aber leider wählen Sehr ärgerlich Die ganze Geschichte Ich bin nämlich jetzt so gut wie tot Das schreibe ich jetzt noch hin And Thanks For killing me Ah Ein Doktor Claim Invest me Ja Also für mich ein Easy Inno Ganz offensichtlich Er Claimt Doktor Er kann die Annie Rolle sein Von daher Weg Runter Ja Kann Annie sein Er kann Annie sein Da wählt man trotzdem Innocent Er kann Wenn ihr jetzt ihn schuldig wählt Nur weil er Annie Claimt Oh mein Gott Wow 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 Nice Idiots Are Going To say Let's vote For votes And killing A dog Claim Super Super geil Super geil Macht Spaß Macht Spaß Herzlichen Dank auch Meine Fresse Ich gehe jetzt auf Dr. Micke Ich bin jetzt eh tot Please Kill this idiot Ganz ehrlich Da brauche ich Ich weiß Ich soll mich nicht so aufregen Ich soll nicht beleidigend werden Aber kommt Leute Er Claimt Doktor Es kann die Annie Rolle sein Da bin ich ihn schuldig Lass ihn doch checken Jetzt haben wir damit den Protective verloren Herzlichen Dank auch Ich bin jetzt eh tot Nein bin ich nicht Krass Bin noch nicht transportiert worden Jetzt ist das zu Ding halt auch Ich weiß nicht ob Micke Gut ist oder nicht Zwei Tote Der Jailer hat exekutiert Gut wurde gekillt Vom Jailer So Nächste Nacht ist Wehrwolf Nacht Das heißt wir müssen jetzt hier einen kriegen Not random transporting Das ist gut Dann war ich das Mein Innocent Oder mein Not suspicious Auf jeden Fall Stimmt Bei Dr. Micke Er kann aber immer noch Godfather oder Wehrwolf sein Von daher Kein Problem Der Vigilante hat tot erschossen Komm Sei Jailer Wenn schon Denn schon Sei Jailer Wahrscheinlich hat er Glück Und er ist der Random Er ist der Mafioso Ja Natürlich hat er Glück Ja Ja Der Luck Is with the Idiots Idiots Ne das schreibe ich nicht Dann killt er mich Oh mein Gott Oh mein Gott Ja gut Also wir können jetzt auf jeden Fall schon mal schreiben Nichts Weil ich keine Ahnung habe von irgendwas aktuell Ja 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 habt Spaß Let's put Corgi He Claimed Infest Jetzt Spy Came Up Wrong For Him Inwiefern ist Spy Confirmed Aber okay Wir spielen einfach mit Es ist nicht mein Spiel Äh es ist nicht meine Welt Ich lebe nur darin Lol Sagt er Komm Claim Jailer Komm Claim Jailer Mal gucken wie viele da schuldig werden Ah Er ist Mafia Dr. Mighat ist der Jailer Ja gut Er kann halt Jester sein Deswegen mach ich nichts Dr. Mighat ist der Jailer Was Maff ist dead already We won Abstain Wenn er Jester ist wäre das sehr lustig Hat er es zugegeben Ja er ist sogar den Krass Interessant Da hat er recht Das muss man ihm sagen Er hatte recht Dass der Die Witch ihn schon kontrolliert hätte Offensichtlich Oh der Werwolf ist down Das ist nice Das ist nice Das heißt ich kann jetzt mich frei bewegen Ich meine ich bin nutzlos Deswegen mach ich auch nichts Ja gut das mit dem Ding schreiben wir nicht hin Ach ich mach das auch raus Sonst gibt's wieder lange Streitigkeiten danach Ich meine es ist klar Dass es Investigator oder Curie ist Das ist klar Er kann exekutieren Wen er will Bei der Antrie wird gewählt Investigator Die Frage ist Wurde er exekutiert oder nicht Ja Ja ok Haben wir gewonnen Ich hoffe ihr hattet Spaß Auch wenn wir mit so einem Idioten wie Thiel gespielt haben Der Random Schuss am Mafioso war glücklich ohne Ende Dass er den Doktor schuldig wählt Übrigens zusammen Ich glaub mit dem Jailer Oder Ja Jailer Thiel Haben hier einfach mal ihn schuldig gewählt Und das andere war der Curie Investi Hier Haltet das fest Der Investigator Der Jailer Und der Vigilante Die haben den Doktor schuldig gewählt Unglaublich Ich hoffe ihr hattet Spaß Und seid beim nächsten Mal dabei Bis dahin Schönen Tag Und Tschö Leute